Heute habe ich ein Rezept für euch. Keine Sorge, ein Kuchen wird es nicht. Um genauer zu sein, habe ich eine Anleitung für euch, wie ihr das Metrum in einem Gedicht oder in einem Songtext erkennen könnt und wie ihr dabei am besten vorgeht. Jambus trocheus dactylus anapest. Es gibt vier verschiedene Metren und in diesem Video lernt ihr sie zu unterscheiden. Jedes Wort besteht aus einer oder mehreren Silben und eine Silbe ist die kleinste metrische Einheit. Nehmen wir zum Beispiel mal meinen Namen, Lisa. Der besteht aus zwei Silben, Li und Sa. Und diese Silben können jetzt betont oder unbetont sein. Man könnte ja Lisa oder Lisa sagen. Habt ihr Lisa gesehen? Klingt ja irgendwie komisch. Deshalb würde man hier auf der ersten Silbe betonen. Betonte Silben werden meist laut ausgesprochen, dadurch werden sie betont und hervorgehoben. Man spricht von einer Hebung. Dafür wähle ich mal dieses Zeichen hier. Unbetonte Silben werden, wie das Wort schon sagt, nicht betont. Deshalb spricht man von einer Senkung. Und dafür wähle ich dieses Zeichen. Auch bei der Bestimmung des Metrums oder Versmaßes unterscheidet man zwischen betonten und unbetonten Silben. Hier gibt es jetzt vier verschiedene Grundtypen. Jambus. Der Jambus ist unbetont-betont. Das Metrum wirkt aufsteigend und beschleunigend. Beispiel für einen Jambus ist Gedicht oder Gespenst. Trocheus ist betont-unbetont. Und dieses Metrum wirkt irgendwie beruhigend. Man kann also ein bestimmtes Metrum wählen, wenn man eine Wirkung erzielen will. Ein Beispiel dafür Dichter. Der Dactylus ist betont-unbetont-unbetont. Dieses Metrum hat eine fallende Wirkung, wie zum Beispiel beim Wort Autofahrt. Annapäst ist unbetont-unbetont-betont. Ein Beispiel dafür wäre das Wort Zauberei. Ja, bei der Namensgebung hat man allerdings nicht richtig nachgedacht. Wer genau hinschaut, der merkt, dass das Wort Jambus genau das Gegenteil von seiner Betonung ist. Jambus. Laut der Betonung wäre das ja der Trocheus. Und der Trocheus, der Jambus. Wenn ihr sie nicht mal unterscheiden könnt, also merken, der Jambus ist entgegengesetzt seiner eigenen Betonung. Schauen wir uns jetzt mal die erste Strophe dieses Gedichtes von Heinz Erhardt an. Wenn man das spricht, dann merkt man schnell, wie man das betonen muss. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Bei unserer Analyse geht es nicht um jedes einzelne Wort, sondern um eine Abfolge der Silben in der Zeile. Und in dieser Strophe wurde der Trocheus verwendet. Was könnte man noch sagen zu diesem Gedicht? In der ersten Zeile haben wir vier Hebungen. Man spricht von einem vierhebigen Trocheus. Kennt ihr noch weitere schöne Beispiele für Jambus und Trocheus? Dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Mal bei Musste Wissen Deutsch. Bis dann. Ich freue mich aufs nächste Mal bei Musste Wissen.